Du studierst Germanistik in Göttingen und bist auf der Suche nach Digitalisaten von mittelalterlichen Texten? Du fragst dich, wie Datenbanken dabei helfen können, die Überlieferung von Texten besser nachzuvollziehen? Dann bist du hier richtig! In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, wie du Online-Ressourcen nutzen kannst, um mittelalterliche Texte in unterschiedlichen Medien nachzuverfolgen. In anderen Videos haben wir dir schon erklärt, dass der Handschriftenzensus und der Gesamtkatalog der Wiegendrucke wichtige Datenbanken für die medievistische Forschung sind. Solche Online-Verzeichnisse und die darin verlinkten Digitalisate können für die Untersuchung von Überlieferungszeugnissen aus dem späten Mittelalter besonders hilfreich sein. Gerade im Spätmittelalter ist es nämlich nicht ungewöhnlich, dass Texte in Handschriften und Drucken überliefert werden. Je nach Überlieferungszeugnis können dabei Handlung, Textaufbau oder Illustration variieren. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an, den Tristrand von Eilhard von Oberg. Dieser Roman über die Liebe von Isalde und Tristrand wurde wahrscheinlich im späten 12. Jahrhundert verfasst. Darum liegt es nahe, von einer handschriftlichen Überlieferung auszugehen. Im Handschriftenzensus kannst du nach Eilhard als Verfasser suchen. Im Eintrag zu seinem Tristrand findest du dann tatsächlich den Verweis auf acht Handschriften. Drei davon liegen weitgehend vollständig vor, doch ausgerechnet diese drei Handschriften sind erst einige Jahrhunderte nach dem Text entstanden. Die wohl gegen 1465 entstandene Heidelberger Handschrift verfügt über etliche kolorierte Federzeichnungen. Darum zeigen wir hier beispielhaft das verlinkte Digitalisat. In einer Szene ist etwa zu sehen, wie Tristrand den Drachen erschlägt, der Irland verwüstet. Der Ritter trägt eine komplette Rüstung, sodass kein Gesicht zu sehen ist. Er ist zum Kampf von seinem Pferd abgestiegen und der Drache spalt Feuer. Der Tristrand ist nicht nur in Handschriften als Versroman, sondern auch in Wiegendrucken als Proseroman überliefert. Der mittelhochdeutsche Vortragstext in Versen erscheint also im Druck als frühneuhochdeutscher Lesetext. Darum kannst du auch im Gesamtkatalog der Wiegendrucke nach dem Tristrand suchen. Wenn du auf der Seite des GW unter Allgemeine Recherche Tristrand eingibst, erhältst du zwei Treffer. Der Roman wurde im späten 15. Jahrhundert zweimal in Augsburg gedruckt. Über einen Klick auf die GW-Nummer gelangst du zu den weiteren Informationen. Im Abschnitt Reproduktionen findest du die Links zu den Digitalisaten. Beide Tristrand reitet auf seinem Pferd auf den fauchenden Drachen zu. Sein Helmvisier ist hochgeklappt. Im Hintergrund ist eine Stadt oder eine Burg zu sehen. Die Geschichte von Tristrand und die Salde wurde auch im 16. Jahrhundert gedruckt. Darum können wir den Text in einem weiteren Online-Katalog finden. Dem Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, kurz VD16. Dieses Verzeichnis ist über die Webseite der Bayerischen Staatsbibliothek zugänglich. Wenn du im VD16 im Feld Titelstichwörter nach dem Tristrand suchst, erhältst du sieben Treffer. Auch von diesen Drucken sind einige digitalisiert. Zum Beispiel der Frankfurter Druck aus dem Jahr 1556. Über den Button Volltext gelangst du zum Digitalisat. Auch in diesem Frankfurter Druck wird der Drachenkampf illustriert. Der Ritter ist zu Fuß unterwegs, ein Pferd ist nicht zu sehen. Dafür ist aber gut zu erkennen, dass der Kämpfer einen Schnurrbart und einen Helm mit Federn trägt. Außerdem führt er einen Schild und kämpft nicht nur gegen einen Drachen, sondern auch gegen einen Bären. Das ist erstaunlich, denn im Text kommt gar kein Bär vor. Man hat also offensichtlich irgendeinen verfügbaren Holzschnitt verwendet. Dieser passt zwar einigermaßen, weil Tristrand zu Fuß weiterkämpfen muss, nachdem sein Pferd durch das Feuer des Drachen verbrannt ist. Aber die Darstellung des Bären sorgt hier eher für Verwirrung. Mit nur ein paar Klicks können wir also mithilfe der Online-Datenbanken feststellen, dass der Drachenkampf ganz unterschiedlich dargestellt wird. Daraus können wir zahlreiche Dinge über die zeitgenössische Interpretation des Romans, aber auch die medialen Besonderheiten der Überlieferung von Texten lernen. Die drei Illustrationen machen deutlich, wie unterschiedlich eine Szene in der Handschrift im frühen Druck und im Druck des 16. Jahrhunderts ausfallen kann. Der Ritter, seine Ausrüstung und sein gefährlicher Gegner sehen jedes Mal anders aus. Anhand der Bilder kann deshalb etwa erforscht werden, wie sich die medialen Neuerungen von der kolorierten Zeichnung hin zum Holzschnitt bemerkbar machen. Dabei zeigt etwa der Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert, dass pragmatische Drucker auch mal eine nicht wirklich passende Bebilderung wählten. Denn auf den jeweiligen Text zugeschnittene Illustrationen herstellen zu lassen, war mit hohen Kosten verbunden. Außerdem können mit den Bildern kulturhistorische Fragestellungen untersucht werden, weil die Bilder Hinweise auf Innovationen in den Bereichen von Mode- oder Kampftechnik geben. Solche und viele weitere Fragen lassen sich dank Handschriftenzensus GW und VD 16 ganz leicht online recherchieren. Gerade für Texte, die in Handschrift und Druck überliefert sind, kannst du mit den Digitalisaten, die die Datenbanken verlinken, selbst spannende Beobachtungen zum Medienwandel machen. Mit den Digitalisaten kannst du sogar Texte lesen und vergleichen, die noch nicht in einer Edition vorliegen. Solche Entdeckungen machen nicht nur Spaß, sondern sie können dir auch dabei helfen, Fragestellungen für Haus- und Abschlussarbeiten zu finden.